Ja, was soll man bei so einem Wetter fotografieren? Ich habe eine Idee. Und zwar fotografieren wir Objekte. Und zwar solche Objekte, die für dich eine interessante Bedeutung haben, die du schön findest, die du spannend findest. Für mich habe ich mal hier so beispielhaft ein paar Sachen rausgesucht. Hier so einen alten Lederbeutel, hier diese Reflektor-Kamera. Einer geht hier nicht mehr. Ein altes Messer habe ich noch gefunden. Oder hier diese wirklich tollen Schachfiguren, die ich mal geerbt habe. Im Prinzip geht es darum, dass man so ein Objekt sich nimmt, dann überlegt, auf welchem Untergrund, vor welchem Hintergrund, in welchem Lichtsetting man so etwas inszenieren will. Und man kann ein bisschen Lichtsetzung mitüben, gucken, was macht Licht aus verschiedenen Perspektiven, verschiedenen Winkeln, verschiedenen Stärken, mit verschiedenen Lichtformern davor. Das kann man alles wunderbar ausprobieren im kleinen Rahmen. Und man ist dabei auch noch drin und muss nicht rausgehen. In dem Fall eine gute Sache, weil es regnet mal wieder in Deutschland. Ich habe das Ganze nicht mit diesen Objekten getan, sondern ich habe einen Ficus Ginsengbaum fotografiert, den ich geschenkt bekommen habe. Und habe den hier auf dieser Holzplatte fotografiert, von einem schwarzen Hintergrund. Und danach am Ende auch noch ein bisschen Nebel hinzugefügt. Das Ganze in so einem Zweifach-Blitz-Setting. Und wie das Ganze entstanden ist, wie so nach und nach der Aufbau ist, wie man das einstellt an der Kamera, darum geht es in diesem Video. Und ich glaube, das kannst du ganz gut nehmen, um dann vielleicht für dich eigene Sachen zu fotografieren, die dich interessieren. Und wo du sagst, da habe ich eine Verbindung zu, oder die finde ich cool, gefallen mir gut. Okay, ohne weitere Worte, wir starten das Video. Ich kommentiere das ein bisschen. Und ihr schaut euch mal an, wie man sowas machen kann. Ja, und hier kommt auch schon das gute Stück, der Ficus Ginseng. Einen schönen Korb umwickelten Topf. Und ich habe hier die alte Schreibtischplatte genommen. Als Untergrund steht jetzt alles längs. Könnte man natürlich auch quer machen. Aber da ich das Ganze nachher im Hochformat fotografieren wollte, habe ich mich dann für längs entschieden. Hinten dran kommt jetzt erst mal der schwarze Hintergrund. Ich habe ja hier einen Reflektor benutzt mit der schwarzen Seite, einfach mit einer Klammer auf dem Stativ. Möglichst nah dran. Der Topf steht nicht ganz am Reflektor dran, sondern ein bisschen davon entfernt, sodass ich einerseits vorne ein bisschen Platz habe, wenn ich den Tisch noch mit fotografieren will, noch mit den Linien, die zum Topf zeigen. Und damit zwischen Topf und Hintergrund ein bisschen Platz ist, sodass, wenn wir eine offenere Blende benutzen, dass dann der Hintergrund auch in die Unschärfe geraten kann. Und diese Unstimmigkeiten, die dann noch an dem Reflektor dran sind, dann noch zusätzlich ein bisschen verschwinden. Allerdings werden wir das Ganze nachher sowieso so kurz belichten, dass der Hintergrund dann schwarz ist. So, hier kommt jetzt der erste Blitz. Das ist das Streiflicht. Das wird also dafür genutzt, um entlang des Topfes, entlang des Stamms, entlang der Blätter eine Lichtkante zu erzeugen, auch ein bisschen durch die Krone durchzuscheinen. Ich mache jetzt hier so eine kleine Blende drauf, damit der Blitz nicht auch den Hintergrund anblitzt. Der soll ja schwarz sein und wenn da jetzt Blitzlicht drauf fallen würde, wäre das ungeschickt. Und noch so einen kleinen Diffusor drauf, hat jetzt keinen so riesigen Effekt, aber schaden kann es auch nicht. Zunächst mal den Blitz einfach so hingestellt, wie ich denke, dass es passen könnte. Muss man dann einfach mit einem Testbild mal schauen, ob der richtig steht. Sehen wir gleich. Dasselbe gilt auch für die Einstellung der Blitzstärke. Kann man jetzt einfach mal einen Wert wählen und ausprobieren. Fotografieren werde ich das Ganze mit meiner Sony 7 III mit dem 85mm 1.4 Objektiv. Ich kann das aber nicht mit der maximalen Offenblende fotografieren, denn dann würde ein Teil des Baumes in der Unschärfe liegen, Teile des Stamms in der Unschärfe, vorne was scharf, hinten was unscharf, ein paar Blätter scharf, einige wieder nicht. Deswegen gilt es jetzt erstmal, sobald das Stativ und der Winkel stehen, erstmal daran, die geeignete Blende zu finden, damit der Schärfebereich sozusagen nahezu den ganzen Baum abdeckt, das Stamm und auch die Blätter weitgehend scharf sind und vielleicht so die letzten Blätter hinten raus und das hinter der Ende vom Topf unscharf sind. Von der Höhe her habe ich jetzt eine Höhe gewählt, dass man noch so leicht in den Topf mit reinschauen kann. Also man sieht noch ein bisschen was von dieser Öffnung nachher. Ich fotografiere das Ganze dann direkt in den Computer rein und ja, was ich jetzt mache, ist das Testbild. Es geht nur um die Schärfe, es geht nur nicht um wie dunkel oder hell das sein soll, es geht nur um die Blendenöffnung. Ich habe jetzt mal hier Blende 5 gewählt, weil ich dachte, das könnte etwa passen auf die Entfernung und wenn man jetzt näher heranzoomt, dann kann man das auch sehen, dass das ziemlich gut passt. Also der Baum ist komplett scharf, auch die Blätter sind scharf, nach hinten werden sie leicht unscharf und der hintere Rand vom Topf, der ist schon leicht unscharf. Das heißt also, der Schärfebereich fängt etwa vorne beim Topf an und geht etwa bis hinter den Topf. Also ideal, so können wir das machen. Jetzt sind natürlich die Einstellungen noch totaler Quatsch an der Kamera. Die sonstigen, also die ISO und so weiter, die machen wir auf 100. Das ist die bestmögliche ISO bei dieser Kamera. So und jetzt ist der Grundgedanke, da wir das Ganze ja mit Blitz ausleuchten, dass wir das Bild so dunkel machen, dass man nur noch sehr, sehr, sehr wenig, bis nichts erkennen kann von dem Topf und von der Pflanze. So wenn ich jetzt hier bei einem Sechstelsekunde, Achtelsekunde, Zehntelsekunde bin, dann sieht das ganz gut aus. Dann sieht man, das hier ist jetzt das Foto, dass man nur noch so ein paar Highlights hat. Das kommt durch das Fensterlicht, ein paar Highlights auf den Blättern. Das ist aber nicht schlimm. Warum machen wir es nicht viel dunkler? Na, weil dann bräuchten wir wesentlich mehr Blitzpower. Und man muss eigentlich nicht mehr Blitzpower dann nutzen, wenn es nicht nötig ist. So, hier sehen wir jetzt schon was. Das mit dem Streiflicht funktioniert grundsätzlich schon mal ganz gut, da entlang des Stamms. Allerdings ist hier unten am Topf das Licht noch ein bisschen intensiv. Auch unten die Platte wird ziemlich stark angeleuchtet. Und oben in der Krone, in der Mitte fehlt ein bisschen an Helligkeit. Deswegen muss ich da wohl jetzt noch mal ran und den Blitz noch mal ein bisschen neu justieren. Ich meine insgesamt erst mal ein Tickchen tiefer, bringe ihn noch ein bisschen weiter hinter den Baum, damit die Krone mehr abbekommt und richte dann den Kopf etwas höher aus, damit weniger Licht auf die Tischplatte und den unteren Teil des Topfes kommt, sodass da also die Lichtkante nicht so stark ist wie vorhin. Ich habe auch die Stärke des Blitzes noch mal ein bisschen nachjustiert. So, nochmal ein Testfoto. Mal schauen, ob das jetzt besser geworden ist. Habt ihr den 2 Sekunden Zeitauslöser drin, damit ich keine Verwackelung verursache. So, und das sieht jetzt schon ein bisschen besser aus. Also oben, der Baum hat schon ein bisschen mehr abbekommen. Die Lichtkante am Baum selbst ist sehr schön. Das sieht schon gut aus. Die muss gar nicht super intensiv sein, sondern nur so ein bisschen. Und hier beim Topf sieht man es auch gut. Der Topf ist jetzt bei weitem nicht mehr so extrem an der Kante. So, jetzt kommt meine sehr sportlich aussehende Softbox als Hauptlicht. Das könntet ihr auch mit einem weiteren Aufsteckblitz machen. Ich habe nur keinen. Deswegen habe ich jetzt da so einen Studioblitz genommen. Und dieses Grid, was da drin ist, das sieht ein bisschen sportlich und abenteuerlich aus. Das liegt daran, weil das eigentlich für eine Octabox ist, also für eine achteckige Box und nicht für eine viereckige. Aber ich habe dieses viereckige Grid nicht mehr. Das ist mir mal abgefackelt. Frag nicht warum. Geht aber auch so. Das Ganze dient eigentlich nur dazu, dass das Licht noch etwas mehr gerichtet wird. Und da wir grundsätzlich hier in die Richtung vom Hintergrund blitzen, ist das ganz gut. Dann kommt weniger Licht auf den Hintergrund. Auch hier einfach mal grob eingestellt. Testschuss. Mal schauen, wie es aussieht. So, das ist schon gar nicht so schlecht. Wir sehen, wir haben schon tolle Struktur im Stamm. Der Schattenwurf ist sehr schön. Wir wollen ja eine Dimensionalität erzeugen. Also das soll ja dreidimensional aussehen. Deswegen brauchen wir Schatten. Der Topf ist nur ein bisschen hell. Aber oben, im oberen Teil des Baumes, vorne, ist noch ein bisschen wenig Licht. Deswegen werden wir jetzt noch mal einiges an Blitzleistung dazunehmen. Ich habe den Blitz auch noch mal leicht nach oben gekippt. Und wir machen einen neuen Versuch. Und jetzt kann man sehr schön in der Vorher-Nachher-Ansicht sehen. Das heißt jetzt, nachher, vorher, nachher, vorher. Man sieht so richtig schön, wie im oberen Teil des Baumes jetzt deutlich mehr Helligkeit und Zeichnung drin ist. Die Blätter kommen total gut raus. Da ist richtig toller Kontrast drin. Die Farben sind gut. So, und auch der Stamm sieht weiterhin gut aus. Wir haben hier keine Überbelichtung drin. Ein paar von den Blättchen sind so ein bisschen heller. Ist aber jetzt nicht weiter schlimm. Super. Fehlt eigentlich nur noch ein bisschen Effekt. Und dann sind wir schon ziemlich nah an unserer Grundidee dran. Das ist meine kleine Nebelmaschine. Nebelfluid ist Gott sei Dank auch noch drin. Das war gut, weil ich hätte auch keins mehr gehabt. Muss man das jetzt benutzen. Das ist eine kleine Maschine. Die heizt sich innerhalb von ein paar Minuten vor. Fünf Minuten oder so ist die aufgewärmt. Und dann kann die immer stoßweise ein bisschen Nebel aussondern. Also für so einen Effekt hier, für so einen Tischzusammenhang, reicht das völlig aus. Kann man das ein bisschen justieren. Mal gucken, wohin man da mit dem Nebel geht. Das ist nochmal eine Zeitlupe. Das hat einen Hintergrund, dass man auch da so Dimensionalität erzeugt. Und dann möglichst viele Bilder machen, dass sich der Nebel halt die ganze Zeit bewegt und man eine schöne Auswahl an Fotos haben will. Deswegen dann ruhig Dauerfeuer drauf. Alles fest einstellen und loslegen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020